So, herzlich willkommen zurück bei The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon, mit mir, dem Mr. Minitens, Appian und unseren Drachen. Wir waren in der letzten Folge dabei, hier die Mauer zu verteidigen und jetzt wird's richtig lustig, weil jetzt kommen zwei Belagerungstürme. Heilige Scheiße, jetzt wird's alles andere als angenehm, das könnt ihr mir so glauben. Ah, das ist jetzt auch nicht auf zwei Seiten. Ha! Ha! Und du bist gerade, aua, 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 du bist gerade nicht das, was ich haben will. Ah! So. Äh, zieht mir aber, ich muss hier ein bisschen rumwackeln gerade. Ah, scheiße, ich unterbreche mich die ganze Zeit, komm her. Ich komm nicht dazu, irgendwas zu benutzen hier, an, an Kombos. Ah! Und jetzt hier aber, komm, ach komm, verdammte Scheiße! Oh, 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 ich seh schon das Katapult, das Katapult, das Katapult. Schon dabei, schon dabei. Los! Katapult reparieren. Vor allem, die nügt das nicht, dass der, der wird da beschossen, wie so ein Irrer, und... Die werden aber auch echt dauernder Beschuss genommen, diese Kackdinger. Ach du, jetzt werden wir sogar angegriffen, doll. Ja, mach, was du willst, wir müssen uns hier vorne um dieses scheiß Ding kümmern. Hanuken! So. Das geht auch sehr gut, normalerweise, wenn man Leute packt und die da rumschleudert. Moment, probieren wir mal. Ah, das hat auf mich die ganze Zeit gut zu unterbrechen, die Nervensägen. Das ist furchtbar. So, Nummer eins, fertig. Weil der mit seinem Schild ist aber auch zum Kotzen, ey. Ah, ah, wunderbar. Oh, und das Katapult ist schon wieder auf der Hälfte runter. So. Sehr gut. Ich hoffe mal, wir haben es dann auch gleich geschafft, wenn wir das haben. Dynamisch machen wir ein bisschen auch Cinder wechseln. Na? Trolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Ich will das Ding jetzt mal voll haben hier. Ey, was willst du eigentlich? Macht aber gut Schaden, kann man nicht mehr. Schwalatem aufgeladen. Wir könnten hier natürlich alle massakrieren mit dem Atem, aber na ne. Den hebe ich mir wieder für die richtigen Dinger auf. So. Mal, wenn wir ein bisschen mehr die Furcht benutzen. Ach guck mal, wir können den also auch so behaken. Ja, warte mal, das machen wir doch gleich mal zunutze hier. Oder? Geht das? Tatsächlich. Ja, machen wir's, weil wir so kommen hier. Okay, und ruhig den Kristall, während Spyro den Rest erledigt. So lässt sich das Ding übrigens grandios gut zerstören. Indem man einfach mit Gegnern selber behakt. Boah, der hält aber auch was aus. Sehr gut. Jo. Komme. Er muss noch nachladen. Ich glaub, wir werden's erst nochmal reparieren, das Katapult. Ja, komm. Ey, was ist das denn? Warum greifen wir uns nicht jetzt an beim Nachhören? Äh, beim Reparieren. So. So, 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 so. Boah, Alter, die, Alter, die, die Furcht richtet aber auch gewaltige Verwiestungen an. Das ist auch nicht schlecht. Muss ich mir merken. Und klack, nachgeladen. Oh, oh. Oh, oh. Ha, bing! Ah, ein Loch hat er trotzdem noch in die Mauer gerissen. Verdammt. Oh, oh, oh. Der sieht ja ganz, ganz... Schließt die Tore. Lass sie nicht rein. Äh, hä? Warum geht das nicht rein? Oh mein Gott. So ungefähr guckt der gerade. Ram, wadam, wadam. So, und jetzt haben wir endlich Zeit, uns komplett auszurüsten. Und uns, um uns mal alles zu holen, was wir hier noch so haben wollten. So die XP-Kristalle und das Ganze gedöhnt. Nun zur Späne Mauer. Nun. Woll. Ihr seht da oben fliegen die großen Drachen hier. Das war, ich glaube, ist das, ist der Eisdrache. Da sieht er gleich aus, lol. Da muss aber auch ein bisschen gespart an sein. Hm. Macht nix. Boah, der Armin. Dann werden wir da raus, wir werden schon das besiegen. Das allein ist ja schon ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, hier wäre jetzt was noch. Ah. Ich wusste es doch. Dann hat man nämlich am Anfang gesehen. Dann wäre ich da runter und leute tatsächlich. Oh, wir gehen doch mal wieder, ne? Aber tatsächlich, man kann ja auch tatsächlich das ganze Gebiet noch zurücklaufen, wo wir waren. Finde ich aber sehr interessant gemacht. Hä? Die Geräusche haben mich gerade etwas weggecreept. Können wir hier nicht runterspringen? Ach, wie geil. Wir können ja tatsächlich rumfliegen. Ich bezweifle jetzt, dass wir da runter können, aber... Also, ich weiß eigentlich, dass wir da nicht runter können. Also, es wäre etwas... Seltsam. Was haben wir denn hier? Guck mal, ne schöne Treppe. Und kaputte Wände. Wie es aussieht, erst mal ein bisschen was zum... Ah. XP-Kristalle. Erst mal was zum XP-Kristalle. Ach, komm. Hakt dich fest. Danke. Da. So, alter Schwede, haben wir beide jetzt XP hier, die Drachen. Rüstungszahne, maybe? Ja, auch mal voll cool jetzt. Ah, sehr schön. Klick. Das ist Spyro. Rüstung. Wir haben echt kein Kopfteil für Sinder. Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaub, das erste, was wir kriegen, ist nämlich das hier. Äh, Spyro. Was hast du denn? Nahkampfangriffsschaden? Natürlich Nahkampf. Wer braucht schon Verteidigung? Müssen wir mal. Sonst noch was hier? Ah ja, äh, Skillpunkte verteilen können wir mal. Furcht hatten wir auch hoch. Schatten wollten wir als nächstes durchholen. Und ich sag mal, machen wir Wind weiter. So. Ich hab ganz vergessen, Spyro. Also, als ich bei Spyro grundsätzlich benutze, ich benutze ja sowieso irgendwie nur Donner und Feuer, wirklich. Oh, ne Donner hab ich auch schon noch. Ja, dann bringen wir erstmal vielleicht noch Erde. Ja, ich glaub Erde ist keine so schlechte Sache. Schaden wird's auf jeden Fall nicht. So. Dann nehmen wir lieber wieder Wind, weil Wind einfach zusammen mit Gift am stärksten ist. Da das die Elemente sind, die wir am weitesten geskilled haben bis jetzt. Und speichern werden wir natürlich. Cut, gang, aber jetzt und machen's das. Es ist erst zehn Minuten und so. Beim Schutzwall. Okay, ich muss mal ein Video fertig machen. gut wird zwischen gemacht haben okay es hätten alles abgegrast hier nächstes noch nur so wird sie nicht geben dass er etwas nehmen jetzt nicht nacheinander platzieren würden direkt meine ich alle alle vollen die gar nicht das ist richtig dumm ausrichtet dort ist es glaube ich ich habe sie Oh, der macht aber gut Schaden. Oh, der lässt sich die Position. Ich glaub's ja nicht. Ah! Das ist voll so unglaublich gut. Keine Knappen. Alter, ich bin aber nicht so der Herr. Oh, das hab ich gemacht. Oh, der Typ ist schon ein sehr harter Derp. Ach, guck mal, ihr seht. Schaut mal, Jäler schießt sogar mit. Oh, der Typ ist schon ein sehr harter Derp. Ich glaub, Flocken bringt dem Typ nicht ganz so viel. Ja, zack, die zack. Aua. Sollte mir aber eine gewischt, der Typ. Bis dahin lügt ja auch gar nichts, ey. Und du bist so langsam. You too slow. It's down, motherfucker. Oh nein, oh nein, 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 nein. Ach Gott, Scheißdreck. Ach, Scheißdreck. Ach, Scheißdreck. Ach, ach, du Scheiße, ach, du Scheiße, ach, du Scheiße, ach, du Scheiße. Oh, oh Gott, nein. Also, Leute, wir müssen diese Tore zuhalten. Also, wir hätten die Tore geschlossen. Ich glaube nicht, dass ich dazu komme, wenn ich... ...undere leiden. Stützen... ...undere krächig, ey. Das zieht auch nicht. Das war's für heute. Ah, das ist das erste Hörgeräum, fach mega, aber so, dass es nicht so rauskommt. Was ist denn auf den Kopf? Ah, da hast du auch Bombo verwisert. Endlich. Endlich, oh ja, dieser Wunsch, was ist denn da? Eine verdammt. Du zwangst. Du zwangst. Du zwangst. Du zwangst.